Dies geschieht mit tödlichen Waffen und mit einzigartigen Fähigkeiten sowie Fertigkeiten. Im Kampf kann ein durchschlagendes Waffen-Duo gewählt werden, das im nahtlosen Wechsel tödliche Kombos ausführt. Mit zunehmendem Momentum werden die Waffen immer stärker und größer, bis schließlich die unbändige Kraft des Handschuhs entfesselt wird. Die 151 Essenzsteine, welche in der Welt von Atlas gefunden werden können, gewähren Zugriff auf spezielle Fähigkeiten und Effekte. Zudem gibt es kombinierbare Rüstungen und einige Anpassungsmöglichkeiten des Charakters.